Hallo, YouTube-Zuschauer von Summer to Max LP. Heute hieß es vielleicht ein Super Mario World Hack, SMW Yeah, und ich habe einen Freund dabei. Sag mal hallo und wie du heißt. Hallo, ich heiße Martin. Und? Ich habe einen YouTube-Channel, der heißt TheMinecraft991. Samm... Nein. Max. Tut ihn in die Beschreibung. Werde ich machen. Schaut ihn euch mal an, bitte. Okay, ich werde dann jetzt... Let's playen. Und ich bin der Gast. Ja. Der Gast. So, ich werde jetzt die Lautstärke leiser machen. Ist zu laut. Ich mach das. Du hast etwas langsamer Regan. Oder ne, ich mach den Sound fürs erste Tanz-Ausrollen, weil sonst hört man dich ja nicht. Ja. Okay. So, jetzt hört man. Und? Und dann steht hier so ein Geist vor der Tür und sagt, hallo, wie geht's mir denn? Ja. Ja. Obwohl, Lichtshöhn ist ja auch doof. Boah, ganze Zeit optionieren. Mach nochmal das Jigsaw. Gleich. Erstmal das. Okay. Oh Gott. BTF. Was ist mit dem Sound los? Egal. Oh Gott. So. Ups, falsch. Warum sagst du nichts? Ich hab nichts zu sagen. Aha. Erzähl doch mal was über dein Leben. Hast du das Player? Was? Erzähl etwas über dein Leben bei Let's Play. Hey. Was du so Let's Play. Was? Ja, was du so Let's Playst oder sowas. Wenn niemand wissen. Okay, dann nichts. Okay, jetzt kommen wir die ersten paar Gegner. Oh, Pilz, Pilz. Nee. Ey. Martin. Oh, jetzt sind wir wieder Netzwerkfieger. Oh. Ich warte, bis er reinkommt. Okay. Was? Ach so, jetzt stimmt. Diese Viecher. Okay. 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 Voll verarscht. Wann kannst du endlich weinen? Ok Leute, ich werde dann fürs erste mal ohne ihn besprayen, bis er wiederkommt, weil er ist jetzt gerade offline, ich weiß nicht, weil sein PC spinnt, hat er mir gesagt, ja, ups, fehl, so, ja, PC spinnt, mehr kann ich nicht sagen, oh, ich bin so dumm, ah, ok, fehl, endlich, oh, das Bein ist, was für ein bekiffter Sound, ok, nichts, was Japanisch heißt, egal, ok, was soll ich jetzt nochmal, oh, shit, boah, Juckpulver, oh, Juckpulver, fuck, wie viel kommt von den Viechern, von diesen Feldkröten, Ok, ich glaube, jetzt wird es etwas brutaler und ich habe nichts gesagt, aber ich habe bald gesagt, bis jetzt bereit mother. Ich bin da nicht möglich, ich sage nicht, dass man vielleicht vielleicht 패ten so schnell die dringend Τ frequenciesCaprio in die es jetzt geht und man mache ich das Okay, es ist geklautzt. Yeah, Power-Up! Was? Was zum... Oh, ja, aber was zum... Was zum... Ich will da drüber! Oh, nein, ich kann euch den nicht. Nee, nee, hm, nee. Ich muss in die Lücke, in die Verkehrslücke. Oh, yeah! Mario time! Ist das Ziel? Ja, das ist das Ziel, ist weiß. Äh, was soll ich machen? Ja, Leute, bis gleich. Nimmst du immer noch auf? Ja, jetzt schon. Oh, Martin, ist wieder da. Ja, Martin, du hast dir was verpasst, ich hab ein Level grad geschafft. Aber... Ja, du warst nicht dabei. Schade. I hate you, bitch. Was soll das? Was? So will ich doch immer mit dir. Beleidige ich dich selber auch? Ja. Ups. Aber ich bin kein Mädchen. Doch werd denn Justin Bieber Haare. Stimmt doch gar nicht. Hm? Sag das wieder. Stimmt wohl. Nein, ich hab aber nicht solche Haare. Doch. Nein. Warum sagt das jeder? Ne, ne, war ein Scherz. Ne, siehst du, jetzt hab ich dich leicht. Boah, heute, ich hör dich fast gar nicht mehr. Entschuldigung, man soll dich ja auch hören. Willst du leiser gestellt werden? Nein, 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 lass mal. Tja, schade. Tja, schade. Siehst du auch, was ich mache? Nein. Oh, schade. Wirst du auf gesamten Bischem übertragen. Ja, aber, hm. Na, aber dann ist die Aufnahme unterbrochen, dann muss ich, ja, wieder zum dritten Mal schneiden. Oder zum vierten, oder? Na ja, gleich. Warte erst mal ab. Hab doch mal Geduld. Boah, ey, ey, Leute, schreibt in die Kommentare, wie ihr spielt. Ich will mal eure Meinung dazu hören. Ja, guck doch selbst das Video. Ne, kein Bock, ich will mal die Meinung von anderen hören, wie du spielst. Wie die das so finden. Wetten, die schreiben mir nicht, bitte keinen Kommentar. Wetten wir. Ey, kommt schon, Leute, für mich. Kommt schon. Wenn ihr es nicht tut, werdet ihr deabonniert. Doch. Ja, ich abonniere euch alle und dann deabonniere ich euch wieder, wenn ihr es nicht tut. Also sagt mir mal eure Meinung. Schreibt es unter den Kommentaren. Ihr schreibt nicht, Zuschauer. Shut up, asshole. Okay. Wie lange nehme ich schon auf? Boah, what the fuck. Keine Ahnung. Ach, ich mach jetzt mal Schluss. Auch wenn das jetzt kurz klingt. Ja. Ich muss ja noch schneiden. Okay, Leute, bis später. Ciao. Ciao.